Dann probieren wir den halt einfach nochmal. Achja. Hätte ich schon herrlich. Oh, da sind gleich erst mal 1500 Meter her. Schick. Ja, seid schön, schön aufpassen. Ich bin hochgefährlich. Oh, obwohl, ne, bin schon wieder entkommen. Wir brauchen noch nicht Angst. Das Halt doch mal das Fatte! Okay! Du möchtest mit allen? Da fast! So Jungs, nun komm ich! Jetzt kommt ein kleiner heißer Wind, oder? Oh Gott, nee! Oh Gott, nee! Tünn, da geht mir nicht auf den Keks! Niiiih! Da ist sie, ja stimmt! Ja, kommt! Okay! Jungs, hier fangt an mir auf den Sack zu gehen! Oh Gott! 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 Den habe ich auch noch nie erlebt, aber gut. Ist ja alles zum ersten Mal. Aber unverschämt. Wirklich unverschämt. Ok. Apropos heißt Empfang. Wirklich unverschämt. Jetzt werden sie langsam nervig. Ja, mache ich später. Und die Zeitachter sind. Danke fürs Anschieben. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Wow 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 Ja, ja mach mal. Ok, ich hoffe jetzt zum Thema, er blockiert meine Spur. War ja auch sehr lohnenswert. Ja mach mal, schick mal. Stimmt, den Eindruck habe ich aber wirklich. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ok, das hat sich geklappt. Wir brauchen einen neuen Schraub, nicht mehr als wir ihn verwächtigen. Nichts ist mit sofort ausstrengend, wir könnten einen Mariana haben. Wiener sind einfallswert. Tis, 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 tis. Ach, jetzt werden sie wieder in Main, wir müssen. Ja, schickt mal einheiten. Ah, nee, bitte nicht. Ah, zu spät. Brrrr, ich werde sie nicht los. Ich werde sie nicht los. Ah, tschüss, Jungs. Aber macht nicht. Echt mal. Ja, probiert es mal. Okay, das ist jetzt meine Chance für den... Eintreten. So, nur mal schauen, ob der klappt. Da holt jetzt natürlich einen Moment, aber da muss man ja durch. Die Sperrung des Weckers ist genehmigt. Einsatzweck wird auf TAC-3. Zentrale, hier ist Drei-Dilusion. Wir haben es kurz weg vom Marthoesten. Besteht die ganze Sonne nicht auf der Stärkung. Zentrale, hier ist Sierra1. Wenn wir das mit einem Truth Racer zu tun haben... ... dann ist ja schon wer weiß wo. Durchschnitt! Das ist diese Oliva, das ist so gut für mehr. Ah, da haben sie noch eine Straßensperre aufgebaut. Man kann ja schließlich nie ein bisschen... Ja, sehr schön. Elf Wagen zerstört, sehr schön. Jetzt reicht das komplett. Da bin ich sicher. Ja, sag ich doch. So, dann müssen wir jetzt nur noch die Rennen machen. Dazu müssen wir erst einmal... Auto wechseln. Okay. So, schauen wir mal. Welche Rennen erhält denn die Wutte für uns bereit? K.O., K.O., Radarfalle, noch eine Radarfalle, ein Sprint, eine Maut und noch eine Maut. Ja, sehr schön. 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 Ja, sehr schön.